Und damit sage ich herzlich willkommen. Und zurück zu Undead Legacy mit Zwistie, Buran und Skyhawk. Hallo. Servus. Hallo. Servus euch. Hordener. Äh, ja. Geil. Was? Cool. Der titscht die zurück. Ja. Hoffentlich in die Stacheln rein. Mhm. Müsste nur noch Frau Buran kommen. Frau Buran kommt auch gleich. Frau Buran versucht ja nur noch den überflüssigen Dreck momentan loszuwerden. Also ich muss nicht bei der Horden nach dem mal alles dabei haben. Und draußen muss ich dann auch noch dicht machen. Den Gang nach hinten. Okay, dann gucke ich mir gerade mal den Weg nach. Ich schätze, sie werden eh hier durchbrechen, oder? Durch das Klo dann. Vielleicht. Dann geht's hier lang. Hier wird noch zugemacht. Hier kommt noch ein Kühlschrank hin. Ja. Wir haben ja noch genug hier stehen. Das ist so geil. Ja. Können wir uns am Anfang hier hinstellen und reingucken, wie sie dann da reinrennen und ein paar auf die Nuss kriegen, ne? Wir können da oben stehen. Ich habe oben ja Kieze gemacht. Ja. Moment, ich gehe mal gerade nach oben. Ja, wunderbar. Das ist ja noch schöner. Die kommen dann von da, rennen da rein und ich stelle mich dann mal hier hin. Ja, schön. Alles weitere dann gleich im nächsten Cut. So, und da sind wir wieder in Position. gegessen, getrunken, geheilt, aufmunitioniert, durchgeladen und ready. So, jetzt bin ich mal gespannt. Auf los geht's los. Let's go. Hihihi. Passiert ja gar nichts. Richtig, kommen schon. Na, ich höre die ersten. Ja. Oh ja. Schick, sie sind alle hinten von der Straße. Sehr gut. Ja. Sie betreten jetzt die Räumlichkeiten. Ja. Die ersten und die erste Stachelfalle ist kaputt. Sie schieben sich nach links. Na, da klappt es den Weg. Einfach rein. Genau, einfach schick in die Mitte. Da legt man eh mit was. Die Hälfte fällt da schon. Wie ist der jetzt nach vorne gesprungen? Na. Oh, direkt Holzfälle. Oh. Die Schweine drängen sich wirklich Richtung Klo. Ja, wenn man muss, dann muss man. Der ist tot, glaube ich. Oh, komm. Gleich ein Kopf. Töte. Ist er schon tot? Ja. Ja, ja. Der ist auch tot. Aber die sind gleich schon an der Toilettentür. Das kotzt mich. Die sind schon an der Toilettentür. Aber warum nicht? Noch ein Goppengob. Der sieht gleich aus wie ein Mad Eagle. Holter. Hey, das Geschütz haut um sich. Ja. Da schießt er alle wieder schickt zurück. wie die dazu nur noch aber er hat es nicht so drinnen ist nicht da hat es auch noch stark und und trotz er ist es durch oder die müssen jetzt noch richtig antwort tag sie hat ein polizistische sachen eingestellt ja sie versuchen sich aber sie kommen selber noch nicht durch die Toilette durch hier ist es noch nix ein ist durch eines reisen durch das ist nicht ob ich die von hier aus kriege engeladen draußen wegen den geiern das ist noch keiner kopf 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 wo ich sehe noch gar nicht ich sehe nur grün tschuldigung da ich auch noch flach harte gut bett irgendwo bricht hier was droger Hopp, hopp! Ah, stecken die sich schon? Ja, die versuchen es. Na, mein Kopf! Das hat mich angespuckt. Und wo? Ich sehe es noch nicht mal. Ja, ich auch nicht. Ah, jetzt wollen sie durch die nächste Lücke gerückt. Und im nächsten Pfeiler? Nein, 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 nein. Sorry. Ich wechsle gleich auf die Pistole, wenn ich out of Pfeile bin. Mhm. Mhm. Stopp! Stopp! Noch einer! Mein Kopf! Noch einer! Noch einer! Noch einer! Schon alle weg. Ja, hier hinten sind sie auch schon drinnen. Mhm. Mhm. Aber wie sie kommen noch nicht, gehen noch nicht die Tür raus. Und die ersten Vögel. Stopp! Hopps! Vi, ha, jetzt. Vault! Was? SoYeah! Ja. Soldaten! Okay. Okay, thank you guys. Biker! Da leuchtet wieder was. Nächster Kopf. Zwei Biker. Oh, geht der mehr auf den Sack, der Geier. Oh, geht der mehr auf den Sack. Genau. Hast du ihn? Er ist tot, ja. Er ist in den Sack. Der haut die Säule weg. Nächster Geier. Ja. Hopp. Okay, ich mach den Gabel. Du blödes Blödsinn. Das war's. Das sagte ihm. Ich hatte Gott nicht nur ansçaugkeimert. Oh,block. Ich bin eine Etage tiefer. Das Ding haben sie weggeschossen. Das Gitter. Kommst du hinten auf die... Ich bin wieder oben. Ich bin wieder oben. Halt doch mal still. Wir wollen die Säule da hinten über unter euch weghauen. Ja. Die ist nur aus Holz, ne? Wenn ich mich erinnern kann. War das ein Demolisher oder ein Biker? Biker. Okay. Okay. Na toll. Ein Biker tot. Ne, sie kommt rein. Blaue Lootbags. Geh runter und holen sie ja. Gibt's hier Rückendeckung? Ja. Ja. Wow. Dann treffe ich auch mal was. Ich würde mal interessieren, ob sie da hinten schon... Den Aufgang hat noch nicht... Die Mülltonnen haben sie noch nicht umgelegt. Halt doch mal still, du... Oh Gott. Oh Gott. Ganz da unten im Keller sind Kopf. Mhm. Die steht genau drunter. Ja. Gibt's da Donuts? Vermutlich. Die. 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 Ja, das sind ein paar mehr, gefühlt, als beim letzten Mal. Ja. Und härtere Kaliber. Und wir machen auch gut weg. Mhm. Das alles nur mit der gefundenen Munition, ne? Mhm. Oh. Nein. Okay. Okay. Oh, ist denn der Sprutzergang? Ich bin ganz unten im Kerl auch wieder. Was macht ihr da? Ja, ich bin mir sicher, da unten steht keine Mauer mehr. Ne, auch unter uns wird's langsam eng was mauern. Ja, ja, das ist ja gar nicht richtig. Ey! Was willst du denn mal da? Geh da weg! Wow! 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 Kann ich mit der Schrot durch das Gitter schießen oder geht der ist dann kaputt? Ne, kannst du durchschießen. Moment, da hinten ist noch was, was mich stört. Ich weiß nicht, was die da machen. Das sieht komisch aus. Halt doch mal still! Ey! Okay. Ich wünsch, dass da die Ecke gleich runter kommt. und siehst du schon gleich noch. Das ist das, was die Ecke ist. Wir sehen uns die Ecke bieten. Ich würd's mir halt wünschen, dass du auch Skill-Punkte dafür kriegst, wie oft du nachläufst, dass das irgendwann mal schneller geht. Wie viele Tape du machst? Wenn die sich weiter so bewegt, treffe ich die gar nicht. Was dürfen der jetzt? Ach, der hängt wieder da unten. Lass doch einfach bitte liegen da. Wie oft stehst du denn noch auf? Jetzt nicht mehr. Was wollen die da hinten in der Ecke? Die wollen uns die Mauer unter den Füßen wegreißen. Merkens! Der Nächste wäre da rein wackelt. Kommt jetzt. Immer wieder raus. Also ich bin gleich vorbei. Ich bin gleich vorbei. Ich bin gleich vorbei. Ich bin gleich vorbei. Das war's. Das war's. Die ersten stehen draußen. Die draußen. Vor dem Container. Echt? Ja. Ich komm mal hoch. Auf welcher Seite denn? Ja, aber jetzt wissen die wahrscheinlich, wo er die Container hingestellt hat. Was ist denn? Dort, wo's dann nach oben geht zur Treppe. Achso, du bist nicht ganz oben auf dem Dach. Nee. Ich seh's durchs Fenster, dass die draußen stehen. Achso. 4 Uhr. Ja. Hörner aufräumen. Und wieder runter. Nur nach aufräumen ist gut. Lootgeile bitte jetzt schon mal runterspringen, ne? Viel Spaß. Ich wünsch dir ein geiles Luftglück. Danke. Na dann. Moment, da rennen auch ein paar. Da unten ist noch ein Kopf. 2 Uhr. 2 Uhr. Wir müssen mal schauen. Ja langsam 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 langsam. Da ist noch ein Vogel draußen irgendwo. Sie haben es nicht durchgeschafft. Nicht? Ne. Na hoffentlich ist es hier wenn es gut ist. Ui. Oh weia. Reload live V-Video. Auf jeden Fall jetzt ein bisschen Munition wieder zurück hier. Ich weiß nicht, ich hab noch nicht. Ne, dann geh hoch und sammle auf. Fang erst mal hier unten an. Ah, heiß Wessli. Fang nicht hier unten an. Alles schön zerlegt hier, brav. Pfeile, Pfeile. Hier stecken jede Menge Pfeile in der Wand. Ich hab ein Loch gefunden. Du hast ein Loch gefunden, ja. Du hast es auch gleich genutzt, um zu entkommen. Ja, vor allem wenn ich nicht reinkomme, weil da jemand vor mir steht, direkt vor der Tür. Danke. Das ist sowieso ne, eine Unart vor der Tür stehen zu bleiben. Ja. Die müssten unbedingt gescholten werden, die das machen. Aber zu Frauen ist man ja bekanntlicherweise... Ups, falsche Taste. Entschuldigung. Aha, hab schon mitgekriegt. So. Okay. Also ein bisschen Munition hat es zurückgegeben. Also ein bisschen Munition hat es zurückgegeben. Eisenknüppel. Ein Swathelm. Was ist da? Stufe F. Scheiße. Also ich hab ein Dings für einen Stahlkartana. Für einen Fahrradlenker. Ich höre noch was. Ja, irgendwo redet noch einer. Nicht mehr. Oh, hier stecken wir hier ne Menge Freiländer an. Das ging jetzt geschmeidig. Ja, da kommt noch ein Kriecher. Ich wollte grad mal gucken, ob irgendwo noch Bolzen liegen von dem, was ich runter geschossen habe. Aber es sieht halt nicht mehr so aus. Hier ist noch was. Einen Stahlbolzen habe ich eingesammelt. Einen Stahlbolzen sehe ich hier. Hier wird nicht mehr übrig sein. Weiß ich. Ich versuche jetzt erstmal hier mich. Ich hab gar keinen Steinbolzen. Äh, gar keinen Bolzen. In der Richtung. Nicht einen. Das ist traurig, weil ich... Bauplan. Großschwert. Stahlgroßschwert. Die Eisenkampfmesser. Wenn du was davon brauchen willst und sonst... Bauplan. 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 Compound am Brust. Die kannst du lernen. Jägerbauer. Die anderen auch, wenn du's brauchst. Geh, geh mal durch die Tür durch. Bisschen weiter vor. Nur ein Schritt. Sehr gut. Danke. Ich hab... Oh, hier ist noch ein Pfeil. Haltenkampfmesser. Steinpfeiler. Äh, hä? Komm, verändern wir den. Jetzt gehen wirklich die ganzen Pfeile ab. Ich hab gedacht, es bleiben... Das letzte Mal sind mehr Pfeile übrig geblieben. Ja. Nur die schweben dann wieder irgendwo in der Luft rum. Das da. Das da. Das da. Und natürlich erstmal das da. Ist hier noch ein Platz frei. Da noch Platz frei. Da noch Platz frei. Da noch Platz frei. Da noch Platz frei. Da geht das nicht, weil das geht um Rüstung. Joach. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen still. Aber... Ein bisschen konzentriert, ja. Ja. Ging halt nicht anders. Und ich habe auch versucht, mal nicht die ganze Zeit nur durch den Scope zu gucken. Aber ja, ihr wisst schon. Irgendwie muss man halt einen Mittelweg zwischen Gucken und Treffen finden. Weil Treffen eh nicht so ganz mein Ding ist auf solche Entfernungen. Oder mit so extrem bewegenden... Naja, ihr wisst schon. Ich sag danke fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Swizzly, Buran, Skyhawk. Dankeschön. Joach. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.